Heute soll es hier mal ganz kurz um eine neue Wolverine Aufgabe gehen, denn wir müssen ein Emote als Wolverine einsetzen. Wie das Ganze geht, werde ich euch ganz genau jetzt zeigen. Um das Emote jetzt einzusetzen, müsst ihr irgendwo landen, ist relativ egal wo ihr landet und zwar einfach hier kurz entspannt landen. Die Bäume sehen mal wieder sehr sehr komisch aus, Fortnite hat mal wieder ein paar Renderprobleme oder mein PC ist mal wieder ein bisschen broken. Aber egal, jetzt müssen wir ganz entspannt das Emote einsetzen und zwar Shing, dann bekommen wir automatisch das Emote. Let's go, perfekt, wir haben sogar ein Legacy Achievement freigeschaltet und da oben haben wir auch schon die Emotes bekommen oder beziehungsweise da oben das integrierte Emote bekommen. Jetzt haben wir das Ganze auch hier als Spitzhacke, ist nämlich auch ein cooles Feature, Spitzhacke sehr sehr nice. Ich glaube Backlink ist das auch oder? Was haben wir denn jetzt als Backlink? Nichts oder wie? Cool, okay, das ist schon nice. Perfekt, also hier nochmal eine gratis Spitzhacke oben drauf bekommen. Sehr sehr nice, also für das, dass man nur ein kurzes Emote einsetzen musste. Sehr sehr cool, falls ihr noch Hilfe zu der Woche 6 braucht, einfach gerne oben rechts auf das i klicken. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Video. Don't worry, ich glaube. Ich glaube, das war's mit der Woche. Untertitelung des ZDF, 2020